Herzlich Willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2019 auf meinem Pferdehof auf die Map Ravenport. Ja ich habe das Problem letztes Mal gehoben. Jetzt können wir auf Pferde rein. Jetzt können wir Pferde rein. So reiten wir erstmal. Wir reiten erstmal das Pferde. Weiße Pferd, also Schimmel. Halten wir erstmal. Die Seite da oben sieht man auch. Ich habe hier diesen Inspektor reingenommen. Ich habe viel mehr reingenommen. Da sieht man ja wie viel man schon geritten haben. Da oben. Ich habe noch Cosplay mit rein. Aber ich wollte testen ob wir eine Strecke machen können. Für die Pferde. Aber wenn ich drücke kommt nichts. Leider. Auf jeden Fall habe ich es mir so gedacht. Wie wäre es wenn wir alte Traktoren und so hier mit rein bringen. Dass wir mit Pferden und mit nosgalchischen Sachen fahren. Wie Fortschritt und so. Ich habe jetzt auch schon mit drauf genommen die Mods. Ja. Das habe ich so gedacht. Machen wir so. Machen wir Pferde und halt Bulltimers. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben wie ihr das findet. Ah 40% schon. Ja eine gute Kombination eigentlich. Bulltimers und Pferden. Ich habe zwei Sachen in einem Projekt. Was bei den Felsbrunnen nicht mache. Genau. Und ich habe noch den Pferdehelfer mit rein. Weil wenn man ganz viele Pferde hat. Da komme ich nicht mehr hinterher mit Reiten. Aber trotzdem kommt noch jede Folge einmal Reiten rein. Oder zweimal. Je nachdem. Drei Minuten. Noch zwei Minuten Reiten. Geht sogar da. Mal springen. Ibi. Ja. So habe ich gedacht. Ein Projekt hier. Also können wir ja den Stara, den Düngerstreuer und die Sehmaschine verkaufen. Dann machen wir gleich noch einen Kurs. Bis zum Shop hin. Da brauchen wir uns immer selber hinzufahren. Hier muss auch den Weg runterwärts gehen. Genau. Da müssen wir fertig geritten sein. Genau. Hier geht es rein. Die sieht man nochmal von hier oben nochmal. Ah. Schöne Landschaft finde ich. Ja. Da können wir eigentlich auch alte Gebäude rein tun. Und so. Also richtig alt machen. Ja. Es gibt sogar schon Mod. Äh. So ein Pferdestall Mod. Dass es ein bisschen anders aussieht. Als nur so eine Weite. Das können wir ja noch aufnehmen. Aber da passt dieser UTV nicht mehr mit rein. Oder? Ja. Da können wir hier so. So ein Pferdestall Mod. Das können wir ja noch behalten erstmal. Also einen alten Traktor haben wir ja schon. Und das ist der IHC. Auf jeden Fall behalten. Aber das Problem. Ich habe bis jetzt nicht so wirklich Anbaugeräte. Aber ich könnte ja mal nochmal gucken. Weil Sämaschine habe ich es leider noch nicht. Oh. Ich bin fertig geritten. Da steht tägliche Reiten. 100. Um 15% schon. Also was heißt es? Rennen. Hier. Um Huf rennen. sowohl können wir eigentlich mehr pferde holen als diesen starrer verkaufen die sehmaschine und dünger und den laderwagen und den anhänger wird es verkaufen dafür neue sachen müssen wir auch die striege spielen können jawohl einmal fertig ah einmal frei jetzt geht es alles ist es schön wenn es wieder funktioniert so gesundheit den haben brauchen müssen wir noch regeln der verona müssen wir noch reiten dann haben wir noch mal alle geritten also können wir zeigen was wir schon alle als mod drauf haben hier die ganzen fortschritte und sogar den steyr ein älterer steyr die große haben wir auch hier haben wir den großen Piovax und den mp truck ganz großen haben wir nur noch einen Piovax Fortschritt ist doch beides eigentlich so oder haben wir noch einen Häcksler hier einen alten meträischer haben wir zwei einmal den da und einmal den fortschritt mit ja als lkw haben wir hier diese IFA also den habe ich gedacht als wir den benutzen dann für düngen ja die Maschine haben wir halt leider nix nur nix weiter habe ich gesagt dass wir den hier benutzen ja aber erstmal den kurs reinmachen da haben wir noch musik hier so am besten mit dem UDV den Kurs rein einfahren lassen Motor an so gibt da alles ein paar rutscht so los geht's so im Kurs hier sieht man dass ich mich rein genommen habe Display und ab hier los geht's naja die ist weiter oben fahren wir erstmal zum Shop so schnell wie möglich und so schön wie möglich hinwärts hinwärts und wir zurück für einmal Kurs für einen Kurs besser hat er keiner Flinkler oder was so hier noch nicht da vorne ist es ja schon hinwärts 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 Will er irgendwie? Oh je, ich hätte bestimmt nicht mehr mit. Schön. Dann mal testen mit Sarah. Ob der gut funktioniert. So, und hier nehmen wir ein Stopp-Schild und... ...und Schluss. Äh... ...O... ...Oben... ...Top. Da wird erstmal gespeichert. Genau. Können wir eigentlich schon mal was kaufen. Mal gucken, ob wir das Geld zusammen kriegen. Natürlich. Den können wir ja hier lassen erstmal. So. Haben wir den ersten Kurs... ...rein gemacht. Reingefahren. Genau. Perfekt. So. Schauen wir mal. Und null Kollision. Habe ich auch mit rein. Also sind viele Mods reinbekommen jetzt. So. 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 Stopp. Ja. Gucken wir mal, ob der... ...das macht. So. Lange könnte man eigentlich... ...den hier fahren lassen. ...für die Sämaschine. So. Und der Knopf natürlich. So. So. ...verhalten wir auf jeden Fall den Kraft durch. So. 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 Wo haben wir die Maus? Wenn ich das jetzt raus... ...tappe. So. Und... Voila. Und... ...reinstellen. Sagen wir mal. Wieder fährt. 39. 45. Ja. Komplett voll. Wie sieht der hier aus? Ja. Bis jetzt. Uh. Das ist auch so eine Ecke hier. Mit dem Auto hier. Und zwar ist der Kauf den Traktor. Weg kommt er raus. Alles klar. Hier kann man sogar weiter fahren. Drücken. Wohl. Wohl. Kaufen wir den noch. Dann. Dann. Jetzt können wir... ...einen Fortschritt holen. in der nächsten Folge. Wie viel geht es mal? 17. Für den hier. Jawohl. 100. Wohl. Es reist ja. Erstmal, oder? Für die Sachen. Gucken wir, wie lange der noch braucht. Da warten wir jetzt noch. Das müssen wir gleich sehen. Genau. Da ist er ja. Bis jetzt geht die Route. hier. Hier. Jawohl. Super. Perfekt. Da brauchen wir noch die Sämaschine. Da brauchen wir noch die Sämaschine. Das wird mal ein bisschen noch abdanken lassen. Abgedankt. Da haben wir das noch übrig. Beim anderen ist es leider kein fester Dünger. Was wir da brauchen. So. Kaufen wir noch eine neue Sämaschine. Kaufen wir noch eine neue Sämaschine. Bissen wir das hier aus. So. Aussteigen. Den verkaufen. Nesfolge holen wir den. Nesfolge holen wir den. Naja. Naja. Fortschritt meines. 26 kriegst man für den. Jawohl. 144. Dann kommt noch der Ladewagen. Ja. Dann sag ich es erstmal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal kaufen wir die. Nog. Nog. Nog skydischen Sachen. Ja. Dann sag ich es mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo rein. Und noch ein dickes. As5. Tschüssi. Tschüssi.